und weiter geht's mit bringen sie zusammen wir checken einfach mal das nächste map gucken ob wir es schaffen können was mache ich jetzt hier das ist natürlich auch richtig bitter jetzt jetzt müsste ich mit dem springen gehen wir einfach mal zurück ok bis zum schluss und dann müsstet ihr jetzt funzen hoffe ich jedenfalls wir haben es geschafft richtig geil das map haben wir auf jeden fall gepackt so dann würde ich sagen checken wir mal das nächste level okay oh So, erstmal das Teil, dann laufen wir hier bis nach hinten, dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich weiter, jo, da sind wir rüber, so, dann machen wir das so, würde ich sagen, gut, okay, wissen wir Bescheid, wie wir das jetzt als nächstes machen müssen, dann gehen wir hier nochmal zurück, dann gehen wir da hin, nein, so hätten wir das nicht machen müssen, gut, aber trotzdem haben wir das Map geschafft, gut, wie gesagt, wir sind erstmal durch, mitbringen sie zusammen, ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen, ist auf jeden Fall ein cooles Knobelspiel, macht auf jeden Fall richtig Laune, kann ich euch nur empfehlen, schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr die App so findet und was ihr da verbessern würdet oder ob ihr sagt, Mann, ey, ist extrem geil, die App macht auf jeden Fall richtig Fun, weil wir auch ein bisschen überlegen müssen, das ist gerade cool daran, schreibt einfach mal in den Kommentaren, wie ihr die App so findet, wie ihr sagt, ein positiver Daumen wäre natürlich auch wieder mal ein Traum von euch, ich wünsche euch was, bis dann, Tschau!